So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2 Remastered of the PS5. Weiter geht's hier jetzt. Also grafikoptisch sieht es ein bisschen besser aus wie von der PS4 Version damals, der zweite Part. Okay. Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden, immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Okay, da hoch. Willst du dich von mir trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Äh, ich hab genug. Danke. Du musst Anlauf nehmen, damit das kann man... Autsch. Nicht jeder ist so anhaltig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Aber was für eine schöne Aussicht. Shit. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Owen. Müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby. Hör auf zu flirten. Hm. Sie hat auch Hörangst. Deswegen. Ist es das? Wir sind da. Boah, Sokart. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom. Waffen. Das sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist? Wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab. Fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken. Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Er ist schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby. Ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Okay, sie geht jetzt hin. Alleine, okay. Ich fahre da hoch, ja. Ich müsse jetzt, glaube ich, da rüber. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr, wenn du willst. Ja. Da ist ja jemand. Ne, der ist tot. Hier ist ein Infizierter, ja. So. Komm. So. Tot. Fuck. 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 Das hat ja gegeben. Medikett. Okay, heilen. So. Von hier sehe ich nichts. Ah, hier kann man Lichter machen. So. 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 Ah. Ja, da war ein Weg. Mal gucken uns noch kurz um. Das ist ja hier noch was. Was? Ne. Okay. 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 Es kann nicht mehr weit sein. Okay, da war jemand. gut. Ich kann mal gucken. War nur einer da. ja. Genick gebrochen. zwei Muni. Ah, sechs. Das ist höchste Schussanzahl. mal gucken. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich habe jetzt noch was. da gehört noch jemand daneben dran ich will den wir in Muni ok wohin Infizierte. Knack. Genick gebrochen. Schnaps gesoffen. Knack. 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 Univolz. Wann kann man Univolz sein? Hoffentlich war's das. Es wird für den Schlecht ab. Wo ist die Stadt? Wo ist die Patrouille? Na los, hier lang. So. Du hast mit mir auch nie über Kat geredet. Ja, aber da gibt's nicht viel zu erzählen. Au. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die richtige, finde ich. Interessant. Klappe. Du kannst schon mal da anmelden. Hey. Willst du was spektakulärer sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Okay, komm. Was willst du mir zeigen? Was willst du mir zeigen? Das sieht schon mega aus, so. Eine Aussicht. Sieht geil aus. Mit wem warst du auf dieser Route? Jessie? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und? Er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auch, dass wir in Rheinland-Legend-Legend auch so fit sind. Auch, dass wir auch 73 werden. So, das müssen wir auch hoch. Was war das hier? Das war vorher ein Funkturm. Hm, nun hier, Nehmer, mit. Und fertig. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Ja. Da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Wasser? Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Ach, die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Sieht trotzdem gut aus. Ja. Danke. Danke. Hm. 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 Was ist hier? Ist hier irgendwas? Hallo? Moni? Okay. Hey. Hm. 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 So, weiter geht's. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlen sterben, weil du um Schneeschlappschuhe trinkst. Ich hab heute Stiefel an. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Du wirst verlassen, aber wenn du möchtest, hattest du keine Vorräte. Okay, gucken wir mal. Ist leer. Da ist was. Die Fähigkeiten. Okay. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreisen? Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, na? Gucken wir mal da. Ja. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Ja. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Tore. Ja. Was machst du heute Abend? Äh. Ich dachte, ich seh mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für ein Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Äh. Curtis und Viper 2. Den hab ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Wer mag diese schlechten 80er-Actionfilme? Der fährt voll drauf ab. Oh, nein. Mir gefällen sie tatsächlich auch. Okay. Hier ist nix. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch an? Eiferleute wollen sich wohl rausschleißen. Zum Schnippen fahren. Das klingt gut. Ist jetzt hier noch was? Nee. Wo ist das Pferd? Ah, hier. Boah. Ruhig mit. Ach, du Scheiße. Was zur Hölle. Stickt. Das waren bestimmt infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Er ist einer. Oh, zum Teufel stecken. Los, wir suchen sie. Ja, lecker. Oh. Oh, hier. Mehr Blut. Oh, shit. Da sind welche drin. Die da muss reingekommen. Die nage gelangen. Gibt's hier noch was? Ja, da ist noch was rum. Die ist zu. Von der anderen Seite ausgeöffnet wird. Okay. Die ist zu. Von der anderen Seite ausgeöffnet wird, okay. Oh, shit. Oh, shit. So. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Äh, dritte Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe auf einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Ja. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Ach, ja. Hier landen. Hier landen. Mehr Runner. Ganz leise jetzt. Mal sehen, wie es läuft. Ganz leise jetzt. Sehr schön. Ja. Wie hast du, wenn es läuft? Dasselig war nur una Halt auf. Du bist. Tag. Du bist. Ich gehjte den Spannsruya. Du bist. Da ist ja auch noch einer. So. Gibt es noch hier was? Das kann man auch richtig gucken. Okay, wir müssen glaube ich jetzt hier hoch. Hier geht es weiter wo? Hier geht es. Okay, wo ist sie? Ah. Ja. Ja, da. Ja. Ja. Ja! 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 Au! Ellie? Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Ich hab was gefunden. Schön. Hier kann man doch hoch oder rein. Nee. Siehst du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Hier. Hier entlang. Bin drin. So. Da ist nix, aber doch. Hey. Ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier. Versorg dich. Kann man herstellen. So. So. Da drin sind Sporen. Machst mich auf. Alles klar. Okay Leute. Im nächsten Part geht es hier weiter. Ich verabschiede mich. Und ciao. Ciao.